Wird Donald Trump zum Diktator, wenn er wieder US-Präsident wird? He says, you're not gonna be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one. Trump will kein Diktator werden. Außer am ersten Tag. Ich gehe davon aus, dass eine zweite Amtszeit von Donald Trump durchaus noch radikaler und noch folgenschwerer werden würde, als es die erste Amtszeit schon war. Das geht von ganz schlimmen Szenarien bis zu schlimmen Szenarien. Schlaf wandeln die USA schnurstracks hinein in eine Trump-Diktatur? Welche Folgen hätte das auch für uns konkret in Europa, in Deutschland, wenn die USA unter Trump zum Beispiel aus der NATO austreten, den Freihandel beenden und ihren Job als Weltpolizei an den Nagel hängen? Oder sehen wir das nur zu schwarz und malen wieder nur den Trumpfe an die Wand? Weil Trump ist ja noch nicht mal offiziell Kandidat und dann muss er auch erst mal gewinnen. Tja, was da Kevin allein zu Hause mit zu tun hat? Jetzt! Kinders, es ist noch knapp ein Jahr hin bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA und Trump ist ja noch nicht mal der offizielle Kandidat der Republikaner. Wirst du jetzt ja vielleicht denken. Das stimmt. Gleichzeitig. Trump liegt in den Umfragen weit vor seinen ersten Konkurrenten, Ron DeSantis und Nikki Haley. Und zwar relativ konstant. Trump liegt immer so um die 60%. Haley und DeSantis bei so um die 12%. Also, America, Trump, Country. Auf der einen Seite gibt es natürlich die großen Trump-Fans. Das sind vor allem sehr religiöse Konservative, die Trump dafür feiern, was er in seiner ersten Amtszeit für sie erreicht hat. Dass er einige erzkonservative Richter an den obersten Gerichtshof geschickt hat, die dann zum Beispiel das Recht auf Abtreibung gekippt haben. Dann gibt es natürlich diejenigen, die einfach unzufrieden damit sind, wie es aktuell unter Biden läuft. Die sagen, na, unter Trump, da war die Inflation noch nicht so ein großes Problem, da hatten wir mehr von unserem Geld. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich die Menschen, die Angst haben vor der zweiten Amtszeit von Trump. Die befürchten, dass er sich nicht an demokratische Spielregeln halten wird oder dass er die Rechte von Frauen und Minderheiten einschränken könnte. Insgesamt muss man aber sagen, Präsidentschaftswahlen hier in den USA, die werden vor allem darüber entschieden, wie die Leute die aktuelle Lage der Wirtschaft einschätzen. Also, ob sie zufrieden sind damit, wie es in der Wirtschaft läuft, ob sie einen Job haben, ob sie ihre Rechnung bezahlen können. Wenn ja, dann hat die Regierung durchaus gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Falls nein, dann wird es sehr schwierig für Biden. Hier kommt jetzt Kevin ins Spiel. Kevin allein zu Hause. Komödie aus den 1990ern, seine Familie fliegt in Urlaub und vergisst ihn daheim, dann kommen Einbrechen und machst so Action-Fekten-Kram. Ja, war witzig damals. Aber ein wichtiges Detail. Kevin geht einkaufen. Ganz normales Zeug. Milch, Brot, Waschmittel. Und zahlt dafür knapp 20 Dollar. In den USA ist es gute Tradition, dass Medien diesen Einkauf immer mal wieder nachstellen, um zu zeigen, wie sich die Preise in den USA entwickelt haben über die letzten 30 Jahre. Das heißt, die kaufen ein, was Kevin eingekauft hat und gucken, wie teuer ist das dieses Jahr. 2022 musste man für dieselben Dinge, die Kevin im Film eingekauft hat, schon gut 40 Dollar zahlen. 2023 sind es gut 70 Dollar. Macht insgesamt eine Steigerung von knapp 250 Prozent. Was man sagen muss, 1990 lag das Durchschnittseinkommen in den USA bei rund 40.000 Dollar im Jahr. 2022 bei etwa 80.000. Also, die Preise haben sich verdoppelt, das Einkommen aber auch. Das heißt, die Kaufkraft ist gleich geblieben. Jetzt, 2023, sind die Preise aber nochmal deutlich gestiegen. Das Durchschnittseinkommen ist aber gleich geblieben. Heißt, hoher Kaufkraftverlust. Natürlich wegen der Inflation, die uns und auch die USA knallhart getroffen hat. Und für Biden zum Problem werden kann. Weil bei Trump war es halt nicht so, dass Trump und Biden da nicht unbedingt was für können. Wurscht. Aber deswegen warnen viele. Trump kommt zurück. Und dann ebnet er den Weg hinein in die Diktatur. Nun, es ist eine Gefahr, die momentan insbesondere an die Wand gemalt wird, um die Leute davon abzuhalten, Trump zu wählen. Insofern wird das ein bisschen überzogen. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen. Trump ist kein Demokrat. Trump hat auch in der ersten Amtszeit gedacht, dass die Regierung ihm gehört. Dass sie seinen persönlichen Interessen dienen muss. Dass der Justizminister sein verlängerter Arm ist, der in alles hinein ermitteln kann. Und das würde er in einer zweiten Amtszeit viel intensiver umsetzen. Weil er dann eben auch die Leute um sich hat, die genau so denken. Da geht es vor allem um sogenannte Think Tanks. Angeführt von der Heritage Foundation. Unter dem Namen Projekt 2025 bereiten sie die erhoffte zweite Amtszeit von Ex-US-Präsident Trump vor. Und sagen, wir werden eine ganze Armee loyaler, gut vorbereiteter und politisch gut bewaffneter Konservativer zum Einsatz bringen. Für die Schlacht gegen den Deep State. Ein ominöser Schattenstaat. Für Trump geht es da vor allem gegen Biden und die Demokraten. Am Ende geht es einfach darum, dem US-Präsidenten mehr Macht, mehr Durchgriffsmöglichkeiten zu geben. Also so viel zu seinem Spruch. In dieser Formulierung und mit dem Augenzwinkern, wie er das in diesem Interview gesagt hat, war es nicht ganz ernst gemeint. Das bedeutet jedoch nicht, dass man die autoritären Neigungen von Trump nicht ernst nehmen muss. Man muss sie sehr ernst nehmen. Trump hat in seiner ersten Präsidentschaft immer wieder die Grenzen ausgetestet, was möglich ist. Er hat praktisch gegen alle ungeschriebenen Gesetze, also alle Normen, die sich aus der Geschichte und der Gewohnheit ergeben, wie ein Präsident sich zu verhalten hat, systematisch verstoßen. Und immer wieder getestet, was er machen kann, womit er noch durchkommt, bevor ihm jemand einen Riegel vorschiebt. Er hat bei verschiedensten Gelegenheiten Sympathien für Diktatoren und autoritäre Herrscher dieser Welt ausgedrückt, sozusagen gerade zu Bewunderung ausgedrückt. Liz Cheney, Politikerin der Republikaner und Tochter des früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney, ist eine der lautesten Stimmen, die warnt. Wenn Trump wiederkommt, dann bleibt er für immer. Denn Trump hat einen gewaltsamen Aufstand angezettelt, den Sturm auf das Kapitol, weil er das Wahlergebnis 2020 nicht anerkennt und kein Interesse an der friedlichen Machtübergabe hat. Nächsten Monat beginnen die Vorwahlen in den USA. Trump liegt nicht nur innerparteilich vorne, sondern führt auch in Umfragen vor dem aktuellen Präsidenten, Joe Biden. Ich gehe davon aus, dass eine zweite Amtszeit von Donald Trump durchaus noch radikaler und noch folgenschwerer werden würde, als es die erste Amtszeit schon war. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen muss sich Trump jetzt nicht mehr über eine Wiederwahl Gedanken machen. Er darf laut amerikanischer Verfassung nur zweimal gewählt werden. Das heißt, entweder er scheidet nach der zweiten Amtszeit einfach aus dem Amt aus oder er versucht, mit Gewalt im Amt zu bleiben. Aber er wird nicht nochmal einen Wahlkampf im klassischen Sinne führen. Das heißt, das entfesselt ihn und er muss sich weniger um sein Imagegedanken machen. Zum Zweiten ist er besser vorbereitet. Beim ersten Mal wurde er selbst von seiner Wahl überrascht und war überhaupt nicht vorbereitet. Er hatte kein Personal, hatte keine Expertise. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Organisationen, die daran arbeiten. Das habe ich ja vorhin schon skizziert mit der Heritage Foundation und der ganzen Armee an Leuten gegen den Deep State, dieser ominöse Schattenstaat. Aber Experte Tim hat noch einen dritten Punkt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ist die Weltlage heute noch krisenhafter, als sie es während seiner ersten Amtszeit war? Als Trump 2017 bis 2020 regiert hat, gab es keine zwei großen Kriege in unmittelbarer europäischer Nachbarschaft. Jetzt haben wir zum einen den Krieg Russlands gegen die Ukraine, zum anderen die Gewalt im Nahen Osten. Und je krisenhafter die Welt ist, desto problematischer ist es, wenn wir es mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun haben, der nicht verlässlich ist, der vielleicht sogar gefährlich ist. Womit wir bei der europäischen Sicherheit wären, bei unserer Sicherheit. Die garantiert die NATO und damit bislang zu einem großen Teil natürlich die USA. Allein schon, weil wir unter deren Atomschild leben. Aktuelle und ehemalige europäische Diplomaten sagen, wir machen uns Sorgen, dass eine zweite Trump-Präsidentschaft heißen könnte, dass sich die US-Amerikaner aus Europa zurückziehen und die NATO verlassen. Trumps früherer nationaler Sicherheitsberater John Bolton sagt auch, Trump wird die NATO verlassen, wenn er wieder Präsident wird. Und auf der Website seiner Präsidentschaftskampagne sagt Trump selbst. Ja, Europas Sicherheit steht auf dem Spiel. Denn auch wenn Präsident Trump damals gesagt hat, die NATO ist obsolet und sich dann aber anders verhalten hat, sagt er jetzt, die NATO ist etwas, worum wir uns kümmern werden. Wie, sagt er nicht. Und es gibt in den Vereinigten Staaten ja ganz große Befürchtungen, dass Trump aus der NATO austreten könnte. Deswegen haben jetzt Senatoren, und zwar überparteilich, in das Haushaltsgesetz hineingeschrieben, dass Trump dies nicht dürfe ohne die Zustimmung des Kongresses. Jetzt ist völlig unklar, ob dieser Beschluss in dem Gesetz überhaupt Wirkung hat, ob man Trump überhaupt die Möglichkeit nehmen kann, die NATO zu verlassen. Es ist rechtliches Neuland, was hier betreten wird. Und insofern eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Politisch aber wäre die Versicherung des amerikanischen Präsidenten, ich trete für keine anderen Staaten ein, die wäre das Signal nach außen, Artikel 5 des NATO-Vertrages, die gegenseitige Beistandspflicht, die gilt nicht mehr. Und Trump hat das gegenüber den baltischen Staaten in seiner ersten Amtszeit ja schon gemacht. Er hat gesagt, na, wenn die angegriffen wären, dann gucke ich erst mal, was die bezahlt haben und wie viele Ausgaben die für Sicherheit hatten. Und dann entscheide ich, ob wir ihnen helfen oder nicht. Und das ist das Gegenteil einer Abschreckung, die auf den Schultern der Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten ruht, auf die sich Europa dann eben nicht mehr sicher verlassen könnte. Ich glaube, Donald Trump hat tatsächlich nicht verstanden, worin der Wert der NATO für die USA liegt. Er hält die NATO für eine Last, für ein Verlustgeschäft aus amerikanischer Sicht. Und er in seiner Person meint es durchaus ernst mit einem Rückzug aus der NATO. Die Widerstände gegen eine solche Politik wären in den USA sehr groß. Die wären im amerikanischen Militär sehr groß, die wären wahrscheinlich im Kongress sehr groß. Das wäre nicht so einfach. Und ich wage nicht zu prognostizieren, ob er das tatsächlich durchziehen würde innerhalb von vier Jahren. Also am Ende nur ein Bluff. Donald Trump gibt sich ja als Geschäftsmann. Auf Verlustgeschäfte hat er keinen Bock. Und da hat er tatsächlich einen Punkt. Deutschland, Europa hat zu wenig für seine eigene Sicherheit getan. Dabei geht es um das 2-Prozent-Ziel. Also die NATO-Mitgliedsstaaten sollen 2 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in Rüstung stecken, ins Militär. Das schaffen in der NATO Großbritannien, Polen, die baltischen Länder, natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika und Griechenland. Die Mehrheit der NATO-Mitgliedsländer liegt aber unter den 2 Prozent. Zu dieser Gruppe gehört auch Deutschland mit rund 1,5 Prozent. Das ist zwar immerhin noch ein Platz im Mittelfeld, aber doch ziemlich weit entfernt von der Zielmarke. Das hat übrigens den USA schon immer gestunken. Also das ist nichts, was Trump erfunden hätte. Auch Obama zum Beispiel hat immer wieder klar gesagt, Leute, 2 Prozent müssen drin sein. Also verhandelt da Trump am Ende einfach nur ein bisschen ungewöhnlicher, undiplomatischer, will maximalen Druck erzeugen, wenn er sagt, hey, Deutschland, bezahl endlich deine Rechnung. Das ist etwas, was er in der ersten Amtszeit immer wieder sagte und wo man objektiv sagen muss, das stimmt. Deutschland war ein sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer, hat ökonomischen Vorteil daraus gezogen. Aber das hat sich jetzt zum Teil geändert, das hat sich nicht intensiv genug geändert. Und es könnte sein, dass Trump diesen Druck macht, den hat der NATO-Generalsekretär Stoltenberg ja auch als heilsam beschrieben. Weil die NATO sonst nicht so vorbereitet wäre jetzt auf diese Lage, wie sie es ist, weil es in der Amtszeit von Trump mehr Geld für die Verteidigung gab. Was natürlich derbe tricky ist, Trumps Andeutungen, dass er vielleicht nicht zur Sicherheit Europas kommen würde, weil so funktioniert ja keine Abschreckung. Wenn Putin glaubt, wenn er zum Beispiel Estland angreift, dann gibt es Krieg mit den USA, dann macht Putin das lieber nicht. Wenn er aber meint, naja, ich glaube nicht, dass Trump Europa beschützt, dann kann Putin machen, was er will. Die Bündnisgarantie der NATO funktioniert nur, wenn sie glaubwürdig ist. Und diese Glaubwürdigkeit hat Trump bereits beschädigt, egal ob er komplett aus der NATO austreten will oder nicht. Weil das ist ja schließlich Trumps Motto. America first. Donald Trump sieht die Weltordnung aus sehr persönlicher Sicht. Also das Zentrum ist, nicht die USA, das Zentrum ist Donald Trump. Und Donald Trump nutzt die Vereinigten Staaten, um Donald Trump der Große zu sein. Und dann sieht er eben die Staaten, mit denen sich die Vereinigten Staaten messen müssen, insbesondere China und Russland. Und er sieht die Staaten, von denen er meint, dass sie die USA ausbeuten. Donald Trump hat nicht den Anspruch, Weltordnung zu gestalten. Ihm ist es relativ egal, was im Rest der Welt passiert. Ihm ist es egal, wenn Diktaturen auf dem Vormarsch sind, sich weiter ausbreiten, vielleicht auch andere Länder unterwerfen, solange nur die USA geschützt sind. Die USA sind eine Weltmacht, die seit Jahrzehnten als Weltpolizei auftritt. Mit Soldaten auf der ganzen Welt. Die USA greifen direkt in den Vietnamkrieg ein und bombardieren Nordvietnam, um so den vermuteten Vormarsch des Kommunismus zu stoppen. Nach den Terrorattacken vom 11. September erklären die USA Al-Qaida und den Taliban den Krieg und schicken ihre Armee nach Afghanistan. 2003 marschieren die USA und ihre Koalition der Willigen in den Irak ein, um Saddam Hussein und sein Regime zu stürzen. 2014 führen die USA das Militärbündnis gegen die Terrormiliz IS im Irak und Syrien. Aus Sicht Trumps alles Quatsch gewesen? Trump hält die vielen Interventionen, Militärinterventionen, die die USA in den letzten 20 Jahren gemacht haben, für einen Fehler. Insbesondere, wenn es um größere Ziele wie den Erhalt der Weltordnung geht oder die Unterstützung anderer Länder, Verbündeter, anderer Demokratien, dann will er das nicht weitermachen. Das heißt natürlich nicht, dass Trump ein friedfertiger Präsident war. Unter Trump haben die USA die sogenannte Mother of All Bombs, die größte nicht-atomare Waffe der USA, gezündet im Kampf gegen den IS in Afghanistan. Also Trump ist durchaus bereit, Gewalt einzusetzen. Aber diese Rolle als Weltpolizei, die überall zur Stelle ist, wo es brennt, die sieht Trump nicht. Und das hat aber doch unmittelbar mit der Rolle als Weltmacht Nummer 1 zu tun. Und die sollen die USA ja bleiben, auch unter Trump. Wie passt das denn zusammen? Das ist ja das Eigentümliche, dass Trump ein völlig verqueres Weltbild hat, das der Realität nicht gerecht wird. Denken wir zurück. Unter Barack Obama sind Freihandelsabkommen in Asien und mit Europa verhandelt worden, die man quasi nutzen wollte, um China ökonomisch ein wenig zu isolieren, um jedenfalls mehr Vorteile als China in diesen Handelsbeziehungen zu haben. Und was hat Trump gemacht? Er hat sie weggeworfen. Er hat gesagt, das interessiert uns nicht mehr. Trump muss nicht notwendigerweise Entscheidungen treffen, die im klugen Interesse der USA liegen. Er ist in der Lage, völlig dumme Entscheidungen zu treffen. Trump agiert sehr instinktiv, sehr impulsiv. Aber es gibt bestimmte grundsätzliche Überzeugungen, die er hat, die er auch schon lange hat. In denen ist er dann auch konsistent und die er beim ersten Mal auch schon angefangen hat, umzusetzen. Eine ganz wichtige ist, dass Freihandel den USA nicht gut getan hat. Also, Trump ist ein Anhänger des Protektionismus. Er sieht Handelsdefizite, wie die USA sie mit Europa und mit China haben, als großes Problem an. Und er will diese Handelsdefizite beenden und das mit allen Mitteln. Er hat zu diesem Zweck Handelskriege begonnen in seiner ersten Amtszeit, sowohl mit China als auch mit Europa. Und das Interessante daran ist, dass er damit auch bei den Wählerinnen und Wählern einen Nerv getroffen zu haben scheint. Denn diese Art der Handelspolitik ist mit kleinen Korrekturen auch unter der beiden Administrationen beibehalten worden. Trump sieht wirtschaftliche Beziehungen nicht als Win-Win-Situation, sondern häufig als Nullsummenspiel. Das Handelsdefizit der USA nach Deutschland war für ihn ein großes Problem. Und deshalb hat er Zölle auf europäischen Stahl und europäisches Aluminium verhängt. Eine wertegeleitete Außenpolitik ist für Trump nicht die Maxime. Man kann auch mit Diktaturengeschäfte machen. Wenn einem sozusagen die Menschenrechte und sämtliche normativen Vorstellungen völlig egal sind, kann man ja auch mit autoritär regierten Staaten munter Handel treiben. Im Energiesektor ist das ja die Normalität, dass wir eifrig Öl und Gas aus dem persischen Golf kaufen, obwohl die Regierungen dort vor Ort alles andere als demokratisch sind. Und so geht das natürlich auch mit anderen Ländern. Also wenn man diese ganzen idealistischen, normativen Ziele nicht hat, dann kann man natürlich auch mit autoritären Staaten Geschäfte machen. Und das ist dann kurzfristig gedacht, eng gedacht, aus amerikanischer Sicht vielleicht genauso gut. Und genau da sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang. Trump trifft irgendwie eine Nerven in den USA. Egal wie weird wir vielleicht seine Definition von Außenpolitik finden mögen. Niemand wählt Trump wegen seiner Außenpolitik. Trump wird gewählt, weil er eine Lücke im amerikanischen politischen System gefüllt hat, derer, die unzufrieden sind. In den USA gibt es eine tiefe Polarisierung. Und Trump hat sich auf eine Seite geschlagen. Er wollte nie die USA versöhnen, sondern hat die Linken, die Demokraten, zu Feinden der USA im Innern erklärt. Und hat sich damit zu dem ersten und wichtigsten Sprachrohr der Rechten gemacht, die sich jetzt als Opfer empfinden. Die denken, sie werden nicht anständig behandelt. Der Staat geht mit ihnen nicht gerecht um. Und Trump sagt, ich bin der, mit dem sie am ungerechtesten umgehen. Ich bin der, der eure Interessen verfolgt. Und das ist ja doch schon bei seiner ersten Wahl ein Mysterium gewesen, dass sich ein Milliardär hinstellt und sagt, ich bin der Vertreter und der Repräsentant der Entrechteten. Und dem gelingt es jetzt wieder. Das ist ja das Paradoxe. Mit jeder Anklage wurde Trump weiter als Opfer stilisiert, konnte sich so darstellen. Und seine Anhänger, die sind in dieser Meinungsbildung inzwischen so festgefangen, dass sie ihm in seiner Politik folgen. Ja, und was machen wir jetzt damit? Ja, es gibt viele Anzeichen, dass Trump wiederkommt. Und viele Befürchtungen, dass es dann echt nicht gut um die USA bestellt sein wird. Beziehungsweise für uns als bisheriger enger Partner der USA. Vor allen Dingen in Sachen Sicherheit. Trifft die Befürchtung ein, dass es mit Trump dann einen weiteren Despoten in der Welt gibt, der sagt, die Starken teilen nun mal die Welt unter sich auf? Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare. Natürlich gehört da auch die Frage rein, was passiert denn mit den vier Strafverfahren gegen Trump? Selbst im Gefängnis könnte Trump theoretisch noch vereidigt werden und als erste Amtshandlung sich selbst begnadigen. Außer beim Verfahren in Georgia. Dort drohen ihm zwischen 25 und 20 Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe. Das ist sehr komplex. Im Bundesstaat Georgia sind Begnadigungen anders geregelt. Und Trump könnte das erst nach fünf Jahren in Haft versuchen. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll der Prozess gegen Trump in Georgia am 4. März 2024 beginnen. Post auch klärt, bleibt auf jeden Fall dran. Denn für deine Likes tue ich fast alles. Und jetzt kannst du auch nochmal das Abo dalassen für BR24, denn, das habe ich häufig genug gesagt, das muss jetzt drin sein. Wir haben Ende 2023. BR24 ist besser im Abo. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.